Guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist Sonntag und schon der letzte Tag von der Trail Trophy. Irgendwie krass, dass es doch so schnell vorbei ging. Keine Ahnung. Irgendwie merkt man die Zeit nicht, wenn die ganze Zeit am Fahren ist. Wir haben jetzt halb 8 Uhr morgens und das ist ziemlich bewölkt draußen. Ich habe auch nicht so Lust aufzustehen. Lecker geht auch schon. Kurz was frühstücken. Alles bereit machen. Und dann kommen nochmal vier Stages heute bis zum Mittag. Schauen wir mal wie es wird. Hoffentlich regnet es nicht. Also gestern hieß es eigentlich, dass es die ganze Zeit regnen soll. Eigentlich schon seit nachts. Und hat es aber glaube ich nicht getan, was schon mal ganz cool ist. Genau. Schauen wir mal wie es wird. 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 Oh man, ich bin einfach nur so froh, dass es jetzt vorbei ist, keine Ahnung warum, aber ich habe mich mega unsicher gefühlt, voll rutschig, irgendwie, keine Ahnung, aber ich bin sicher runter und das ist gerade das Wichtigste irgendwie. Robben hat irgendwie mega Pech heute, gerade schon einen zweiten Platten, keine Ahnung warum, hat mega Luft reingemacht und trotzdem scheiße, jetzt warte ich noch kurz auf den und dann fahren wir runter und dann war es das heute. Auf alle Fälle, keine Ahnung, irgendwie nicht unser Tag heute, ich die ganze Zeit mega langsam und läuft irgendwie nicht, Robben zwei Platten und läuft gar nicht, ja, passiert. Applaus Dank für meine, so gut, wir sind. K телефis Das war's für meine, so gut, wir sind. Applaus Applaus